Moin Leute, da bin ich mal wieder, euer Kuno, yeah! Hier befinde ich mich beim Revy auf dem Surfer und schaue mich mal ein bisschen um, was es hier so schönes gibt. Ja, brauche ich ja nicht viel zu erzählen, was das hier für ein Surfer ist. Das kennt ihr ja bestimmt alle Mann. Was haben sie denn hier schönes gemacht? Ein paar Markstände gebaut, aha! Hey, wer schießt da? Achso, hier kann man sich gegenseitig wieder umbringen. Hier ist pvp in dem Kranz hier drin. So, was gibt es denn noch? Was verschenken die hier alle? Haben die hier alles von den Bohnen? Ach, hier haben sie jetzt den Weihnachtsbaum stehen. Kleinen Weihnachtsmarkt, aha! Schneemann, ein Schneemann. Darf ich nicht so dicht rangehen, sonst bin ich da drinnen. Warte mal, wollen wir mal eine Runde uns kloppen. Dann brauche ich den Bus da rangehen. Dann geht man hier ein Stückchen ran und dann ist man hier drinnen in pvp. Da ist ein Mädchen, die haue ich nicht. So, jetzt, jetzt aber. Zack, zack. Oh, schon tot. Getötet. So schnell. Aber wir gucken mal auch nach unten, ob da auch noch was irgendwie noch verändert wurde, da was dazu kam. Wenn ihr wollt, dann kann ich ja auch vielleicht noch mal ein bisschen zeigen hier von den Minigames, wie ich mir hier ein bisschen so ein Klops mache vielleicht. Eh, wer ist die denn? Könnte die Läden sein. Da haben wir hier von der Rutschpartie. Juhu! Schlittschuhbahn. Okay. Haben sie ein bisschen angepasst. Schneemann zu verkaufen, aha! Haben sie ein bisschen gemacht. Die anderen Jahre haben sie ein bisschen, sonst mal ein bisschen mehr gemacht. Macht ja auch alles Arbeit, das ganze Kram hier zu verändern, umzubauen. Oh, da steht ein großer Schneemann, der ist cool, der ist super. Kommt mal noch ran. Ohne sich hier runter zu stürzen. Mal sehen, wenn man sich hier runter stürzt, ist man tot. Oh! Nee. Gott sei Dank, ich lebe. So, welches Spiel haben wir denn jetzt hier gelandet? Ach, ne, das will ich jetzt nicht machen. Ich baue ja schon sonst so viel Sachen. Montagsbilder. Aha. Wie heißt das hier? Mhm. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht machen. Das können wir mal noch ein andermal machen. Und ein extra Video. Oh! Ein riesen Nussknacker. Okay. Gut. Und die große Höhle. Denken hier auf der Erde. Ach, hier stehen und sitzen meine Kumpels schon und trinken schön Bier, Glühwein. Ja, Leute. Die Zeit ist auch schon wieder um. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Na? Ansonsten sehen wir uns dann vielleicht morgen wieder. Na? In aller Frische. Gut. Dann sage ich Tschüssi. Euer Kono. Tschaui. Tschüss. Gut. Dann sage ich Tschüssi. Gut. Dann sage ich Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020